hallo herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge tf2 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja hierbei trufarming schaut gerne auf die trufarming selbst so ist kanal vorbei das unten in der video beschreibung verlinkt und ich bin mit johann hier schon wieder zurückgeschockt ich sagte johann nicht was an meiner fitness machen ja ich sag dir das können wir gerne machen du bist bedeutend fitter wie ich das kann ja nicht wahr sein alter verteilt das war ganz schöner gewaltmach hier vom kieswerk bisher her das leben im wald hat sich bezahlt gemacht ja ich werde schon ein du musstest immer flinke füße haben oder nee aber auch gott ein bist du mal hier die baumaschinen sind auch schon da perfekt hier ist schon ramba zamba express auftrag hier ach hier guck mal der georg entlädt schon die raupe georg ja sehr gut dann kümmern wir einfach drüber dort mit dem dingo da ist er weg der ganze studie einfach drüber einfach drüber einfach platt machen alles gut alles darüber ja passt auf dann würde ich sagen dann dann fangen wir mal erst mal hier an und fahren dann weiter zu dem kolmleiden und bauen dann quasi bei dem weiter jawohl kann man alles klar so wird dann ich würde sagen was an oder ja auf geht's ja 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 Musik 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 Schreiber Musik Team Bis zum nächsten Mal. 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 einmal zurück. Ja. War ein ganzes Stück Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Das hat ordentlich gezogen hier. Alter Vater, ey. Hätte ich nicht gedacht. Aber, hier haben wir noch eine dicke Kante drin. Die muss ich mal schauen, dass ich die noch rausbringe. Werde ich noch mal Anschluss machen. Generell hier so ein bisschen die Kanten versuchen rauszukriegen. Ansonsten, der Zaun hier, der wird denke ich mal nach dem nächsten Restart weg sein. Der ist, keine Ahnung, Buggy. Den müsst ihr euch einfach mal wegdenken. Ja, jetzt ist hier oben das Ballenlager entstanden. Ich habe hier hinten noch so ein bisschen ein paar Felsen hingemacht und das ganze Zeug hier noch so ein bisschen Deko. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, Füsi gefällt. Wenn er denn wiederkommt. Und ich denke, eigentlich das Ballenlager hier oben ist erstmal ganz zufriedenstellend. Ich habe versucht, da auch auf dem Platz zu achten, dass er hier gut rangieren kann. Das sollte aber alles drin sein eigentlich. Na gut. Schauen wir mal, wie es sich in der Praxis bewährt macht. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass das euch da. Ich bin das mal raus. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus. Bis dahin. 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 Vielen Dank.